Ah, meine Damen und Herren, mein Allerz ist willkommen zu einer weiteren Folge, Way of the Hunter. Und ich bin nicht alleine in meiner Blockhütte hier, und zwar habe ich noch jemanden dabei, den Maximilian-Power-Kanalz. Oh, Hallöchen. Du. Hallo, Sterzi. Guck mal, Mensch, du hast ja richtig gemütlich gemacht auf dem Sessel. Sag mal, eine weitere Folge, gab es schon mal eine? Und zwar haben wir eben schon ein wenig geübt, wir haben schon mal reingeguckt, und zwar gibt es einen kleinen Einrichtungs... Ich gehe mal Richtung Tresor. Ja, mach das mal. Oh, über den Tisch. Und zwar hatten wir einen kleinen schluckligen Einblick in das Game bei Maximilian auf dem Zweikanal. Wo ist denn der Tresor? Ja, weiß auch nicht. Und der Tresor? Kellogs Frosty? Ich weiß nicht, wo? In das andere Stockwerk? Versuch mal, du bist jetzt hinter der Couch gleich. Naja, auf jeden Fall, wenn wir da schon mal reingeguckt, wir haben Hirsche gejagt, wir haben versucht, ein paar Dachse zu finden, und jetzt sind wir in Transylvanien. Aua! Aua! Alter. Junge! Aua! 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 Junge! Aua, die Kette! Und die tut, in meinem Brust kommt! Oh! Oh, oh, oh! Oh mein Gott. Wo ist der Tresor? Oh mein Gott, ey. Wo ist der Tresor? Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaub nicht mal hier oben. So. Ja, so. Ich weiß gar nicht. Gibt es hier unterschiedliche Tiere? Ich glaub nicht, oder? Nicht so wirklich. Glaub doch, safe. Ich hab ihn gefunden. Er ist im Nachbarraum. Warum liegt hier überall Knoblauch rum? Bist du Knobi? Hast du Bock? Auf jeden, ich liebe Knoblauch tatsächlich. Wo sind wir denn überhaupt, Digga? Digga, wir sind hier in Transylvanien, Digga. Nimm mal hier auf der Hunter, Digga. Schau mal raus. Ist das nicht hübsch? Grafik. Ein wunderklasses Spiel. Also im Prinzip, wir fahren jetzt gleich mit dem Auto irgendwo hin. Es gibt unterschiedliche Gebiete mit unterschiedlichen Tieren. Und es ist im Prinzip wie schon manch anderes Jagdspiel. Man muss extrem leise sein, man muss extrem aufpassen. Es gibt natürlich für unterschiedliche Tierarten gibt es unterschiedlich effektive Gewehre. Sound ist ja alles. Also es gibt hier unten, die Windrichtung. Gerade sind 2,9 Meter pro Sekunde Wind in Richtung Osten. That's basically it. Wir fahren in die Pampa, jagen Tiere, müssen leise sein und am Ende können wir die verkaufen oder auch hier ins Haus bringen, in diese schöne Blockhütte und ausstopfen. Das ist ein bisschen Sammlereffekt. Es geht darum, die Tiere ordnungsgemäß zu jagen und zu erlegen. Hast du noch was zu sagen, Hennu? Bist du noch am Safe? Naja, erstmal wäre es ja gut zu wissen, was für Tiere hier in der europäischen Dings. Hier Inspektionskarte. Hier ist zum Beispiel eine Karte an der Wand. Ich weiß es halt gar nicht. Wollen wir nicht einfach erkunden? Ich glaube, wir haben noch nichts freigeschaltet. Und guck mal, Mechaniken. Hier ist ja alles erklärt. Bei uns haben wir, also wir haben auch Zweitkanal Dings bei mir gemacht. Da haben wir uns noch voll viel gefragt. Warte mal. Jeder locker hat eine Zeitspanne zwischen den Rufen, in der du nicht erneut rufen solltest, weil das Tier sonst erkennt, dass etwas nicht stimmt. Der erste Ruf ist normalerweise perfekt. Damit die Tiere noch näher kommen, musst du ihn zum richtigen Zeitpunkt wieder einsetzen. Der richtige Zeitpunkt ist, wenn sich die Rufanzeige in der Mitte eines Rufzeitraums bewegt. Dachten wir uns ja schon. Also genau in der Mitte ist perfekt. Ja, also für Kontext schaut gern nochmal das Video bei Max. Da haben wir uns genau diese Fragen gestellt, die wir uns gerade selbst beantwortet haben. Ja, wir werden das Safe gleich auch nochmal machen. Lass uns zuerst mal gucken, was wir hier so begegnen und dann wissen wir es. Ja, hast eigentlich recht. Okay, dann lass erst mal Erkund. So. Komme meine Karre. Komm ich fahr dich. AACK MALINCHINI. אפ. K Imperium. so kurz alter das auto ist einfach wirklich sehr laut okay wo wollen wir hin hast du bock nach osten nach norden nach wo wollen ich würde sagen richtung sumpf das richtig geil aus also generell es ist halt beautiful dieses game ich mag übrigens dein style so mit dem hut und so ich höre dich gerade nicht einfach ein bisschen lauter ich höre dich nicht den kaffee in der thermoskanne tun soll was du sollst den motor ausmachen ich gehe zu fuß weiter bleib stehen ja komm lass ohne scheiß das zu fuß weiter ist ja das ja laut ist das schön schau mal schau mal schau mal da unten gibt es doch safe alligatoren ich hoffe ist das schön schau mal da unten ist der nil oder ja noch sehe ich hier nichts noch ist ruhig aber man sagt ja auch immer am anfang des sturms ist die ruhe der freundung freund brandung also es gibt ja diese gebiete wo die sich zu gewissen tageszeiten hinbegeben die heißen ja mal die interessens nee die die bedürfnis die bedürfnis gebiete kommen es gibt ja auch fragezeichen auf der map da könnte man theoretisch mal hin ja warte mal ich gucke ich gucke mal auf die map wir können wir sollten auf keinen fall mehr rennen jetzt ja wir gehen jetzt mal richtung süd südwesten da ist so ein fragezeichen da würde ich einfach mal hingehen und was auf dem weg passiert das bleibt auf 1,3 kilo ja das erzählen wir nicht unseren frauen generell was bei der jagd passiert dass wir haben doch ein wochenend trip ich bin mal gespann was ja da unten liegen nur steine ah da ist was jo vor mir ein wildschwein 280 siehst du es warte 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 vor mir geht du in die hocke siehst du es das linke beim bauch ja ich sehe es das sind mehrere deshalb frage ich das genau vor dem busch vor dem großen busch ja ok ok ready ja 321 ja ich hab's das war glatter schuss treffer stößchen groß ich hab hier kaffee in meiner tasse dahin sausen sie weg die schweine sie ist geholt so warte mal irgendwo den hat es ja richtig zerrissen irgendwo ne wo war denn der da vom du kannst kuh drücken ach ja hier ist er eieieieieiei wunderschönes tier so schauen wir doch mal oh in den dickdarm oh in den dickdarm warte mal was was war das die innereien oh mein gott in den magen in die innereien und ins fleisch halt so erster schuss ging da rein zweiter schuss oh mein gott ging ins fleisch ins ja genau so hat es auch blut gegurgelt also ins fleisch ins herz in den linken lungenflügel in den rechten lungenflügel und in die knochen auweia wie ist der da noch gerannt also weiß auch nicht verkaufen 232 machen wir boah alter das ist gut guck mal wenn so ein neues gewehr 1400 kostet das ist jetzt schon ein ordentlicher teil das ist ja schon ja 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 brauhaus geht auf mich heute abend ja geil schönen maß schöne jagdmensch guck mal ja toller ausflug meinst du hier gibt's löwen? das wäre auch schön löwen oder giraffen fände ich nice oder blauwale ja hier so über die wiese robben mach den wurm ja aber wir sind bald da irgendwo mitten da drin ach guck mal da hinten sehe ich schon ein dach da ist so ein kleines häuschen ja ja genau ich glaube das ist so ein schnellreiseposten ja oh hier höre ich was ein warte eine grauganz männlich ruhig entfernung 150 richtung 100 äh richtung 200 ca ok eine schöne grauganz hübschen wir uns an die ist wahrscheinlich auf dem wasser oder? ja so eine schöne ganz hätte ich bock schöner gänsebraten oh ne meine buchse wird nass hör mal meine socken sind schon ganz durchweicht das sah gerade heftig cursed aus naja meine buchse ist halt nass da muss ich immer rappen schleichen dann ist auch der ins äh das jagd gespür durchgehend online wie ready du da ziehst auf vorne durchgehend online da ich sehs warte 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 auf mich sehr gut ich bin ready ich ok ich sehs ich mach das rechte ok ich nehm das linke ja 3 2 1 was ist der fliegt weg schieße ihn ab komm her ich hab keine mundi mehr im regal da wollte ich schon fast sagen och was ok warte ich guck genau wo die landen ey ne 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 du hast es komplett zerballert ist tot? ja ja du hast deins komplett zerballert hier liegt's hier liegt's die ganze jawoll oh gott er hat's komplett zerrissen er ist ja komplett im arsch ja bei legitim gejagt glaube er ist ein bisschen verschoben von der ansicht ja aber ich hab ihm komplett das herz gelöscht also der ging direkt ins herz wohl ja ne ich glaube hier ist irgendwas falsch gelaufen weil die ansicht ihr seht es ja im video die ansicht ist irgendwie ein bisschen komisch ja ich müsste dazu wissen Leute ich spiel grad so eine richtige schöne vorabversion und da gibt's noch einige ja es gibt generell noch einige kleinigkeiten wo man sagen muss ok bis release sollte das schon gefixt sein habt ihr auf jeden fall die augen auf ne ähm neben dem spiel nicht ganz übel zumindest in dem status hä hä ist nochmal geflippt ja krass das ist ne richtige Hölle Cabina Pierre Tuna Lost Cabin ja aber ich glaube hier kann man vielleicht schlafen ja hier bin ich zuhause Mensch der schöne Innereinrichter ja wunderbar ja gut aber jetzt können wir schnell reisen dann lass mal wieder nach oben gehen wir in eine andere Richtung so oh du musst fahren ja dann fahr mich mal schön auf die A2 unten ja can you ramp it ja das hat nicht geklappt wenn wir irgendein Tier auf der Straße sehen direkt raus ja stehen bleiben rausspringen schießen nicht umfahren aber wenn wir jetzt so vom Straßenrand eins sehen ja dann direkt drauf sprayen MP5 wäre da sehr nützlich ja und sonst macht die Familie na der kleine geht jetzt mittlerweile in den Kindergarten ey hör mir auf der große brauchen wir gar nicht drüber reden ja wir ist ja egal wir gucken uns hier einen schönen Teich an ist ja auch was schönes ja hier gibt es einen Staudamm hier dürfen wir auch jagen hier dürfen wir jagen hier dürfen wir auch parken hier dürfen wir Boot fahren ja ich kriege keine Luft mehr oh so ja aufsteigen kann ich nicht ich auch nicht sie sind wir stuck wieso kann ich nicht aufsteigen mach die Tür auf wie entspannt du da sitzt ja du auch du hast so die Hände im Schoß hey du mir ist kalt ja da müssen wir glaube ich schnell reisen ja hilft nichts ne jo jeet da höre ich auch ich komm rein und höre direkt ein Specht das ist einfach klasse ein Specht ein schönen Specht du Specht das ist auch einfach gut oh ja bist du jetzt auch aufgewacht wieder zuhause ja da seh ich dich wie du da rüber guckst aber guck mal ja wir können auch nochmal zu dem zu dem Anstand gehen ich kann dich hinführen lass uns zu Fuß hin aber nicht sprinten ja auf gar keinen Fall sprinten oder gehen oder also ich möchte jetzt also heute war wirklich viel nicht los ne ich hatte Tage da hatte ich Braunbären Aliens ich weiß es doch Angela Merkel und heute Wildschweine und ne Gans was soll meine Familie essen meine 18 Kinder weiß ich nicht keine Blutwurst zumindest keine Blutwurst da müssen wir auf Gurken zurückweichen ja Schwarzwälder Schinken mein Gehirn schmilzt auf mein Gehirn schmilzt auf ja ja so gleich sind wir da dann stellen wir uns da rauf wir sehen nen Bär und dann knallen wir den weg so ich bin oben ich hole mich hinterher ich halte die Augen auf und sehe nichts und doch da ganz ganz hinten 120 Wildschweine ganz weit am Horizont warte ich lusche mal 120 ne ich sehe da leider nichts ganz ganz weit hinten da laufen ein paar Wildschweine ah ja also übertrieben weit hinten 500 Meter ja scheiße ey dann mach doch mal deine Tröte oh ja ich tröte mal das wäre natürlich ein gefundenes Mittagessen ja weil die sehen uns ja hier oben gar nicht guck du dich mal um mit deinem Fernglas vielleicht ich behalte die mal im Auge nicht das jetzt oh die kommt bisschen näher 430 oh ja 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 Tröte Tröte um dein Leben ja ja ich tröte ich darf ja nicht spammen ja schön im Rhythmus ja ja ich hole meinen Kaffee nochmal aus meiner Hosentasche ey krass dass du die entdeckt hast wow oh mein Gott was ist denn? was ist denn? was ist denn? siehst du noch die Wildschweine? ja bitte aber willst du dich noch getröten? ja ja ich hab schon getröte gerade ich dreh mich zur Seite und du hast einfach deine Waffe im Mund ey aber warte vielleicht ja die gehen halt tatsächlich zu ihrem Bedürfnisgebiet ne doch nicht vielleicht haben die hier noch eins ja Geduld Geduld der lange Schlackert im Nebel der Schlacht ja 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 aber immerhin sehen wir was sterzig ja das ist doch sterzig so genau unter uns sterzig zwei Schweine äh 165 oh mein Gott ich seh sie lass sie näher rankommen lass sie näher rankommen ja du das linke ich das rechte das was hier auf uns zukommt oben ja wollen wir nicht beide ja dann geh ich aufs linke ja ja ok ich geh aufs rechte drei zwei eins schuss meins liegt ich glaub meins hab ich auch gewonnen schottet ich ne ich bin mir nicht sicher runter runter abwarten schön schicken abholen ich kann nicht es geht nicht doch jetzt das sieht ja hammer aus oh Gottes willen meine Beine ja jetzt bist du stuck an der leider echt ja nö ich bin unten warte aber wir haben ja meine Aufnahme ich geh einfach mal zu meinem Target ja ja liegt meins auch liegt meins auch ach du kannst gar nicht runter ja doch jetzt ich bin jetzt einmal durch dich durch ich hoffe es ok ach so meine Sau also heilige Scheiße ich beanspruche äh ja ähm erster Treffer ja was ist los ja fatal error echt ja man sieht leider die Innereien irgendwie gerade nicht eigentlich sind die ja immer farblich markiert das ah ja ja Rückgrat richtig zerdeppert durch die Wirbelsäule und dann in den rechten Lungenflügel oh 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 ja man wisst ja was Freunde seit dem Spiel nicht böse das ist eine absolute Vorab-Version äh checkt es gerne aus also wie gesagt die Fehler sind jetzt gerade noch drin gerade Multiplayer im Singleplayer hat dich gar keine Probleme beispielsweise und ja vielen Dank an dich Max für's dabei sein bis bald ja danke dir danke dir danke dir tschüss 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 Vielen Dank.